Ja, liebe Uto-Freunde, was euch da beim Kauerhaus ist heute Freitag morgen. Ich spitze meine Saatkartoffel das zweite Mal, um Krautstauden zu vermichten. Das erste Mal war mit Equat, 2,5 Liter. Das zweite Mal ist jetzt mit Spotlight, ein Liter die Hektale. Die Spotlight braucht Licht und es ist jetzt morgens um 7.00 Uhr denke ich, 7.00 Uhr. Ich starte da mit Spritzen, auch wegen dem Windstart der Exo-Cru. Im Moment ist es noch ruhig, aber ich denke im Verlauf des Tages wird es da windig, warm und windig. Ich spitze 400 Liter, die Hektare, das heisst, ich kann damit meinen 600 Liter 1,5 Hektare spitzeln. Jetzt geht es um Rute. Das Feld nimmt zuerst und spritze da eine Balkenbreite vom Weg aus rein. Dann das Rein- und Rausfahren einfacher, wenn der Rand schon behandelt ist. Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr erneut um durchschnittlich 3 bis 4 Prozent. Ich bin fertig. Jetzt noch einen Tank mit Frischwasser spülen. Da lasse ich da mehr als 50 Liter rein. Ich spritze das wieder raus und lasse dann noch einmal 50 Liter rein und raus spritzen, damit das Mittel auf dem Kartoffelfeld vollständig rausgebracht worden ist. Ich bin fertig.